Die Maria, die Maria, den Schuss verzieht er, keine Gefahr für das Tor. Nur ein Witzel. Und da ist der Ball wieder weg. Die Maria, jetzt Carlos Davies, Serge Gnabry, Gnabry, so eng gemacht von Torrach. Steifers kommt von Reus. Das war nicht oben zum Assistenten und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Und jetzt Boateng, Brand, Draxler. Gut von Sergio Ramos. Da geht er dazwischen. Reus. Serge Gnabry. Ball wieder bei Reus. Reus! Nein, kein Tor. Schöner, platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ballverlust. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Cool aufgepasst und verteidigt. Das ist ein Foul. Beistoß. Draxler. Angel Di Maria. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen wir dranbleiben. Groß. Er überzeugt heute als Passgeber. Er ist mal groß. Timo Lala. Groß. Vielleicht die Führung jetzt. Glatzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Ecke groß. Lieber geht auf Nummer sicher. Und jetzt der Schuss. Und gibt es jetzt die Führung. Das gibt die Anstoß. Toni Kurs. Marcelo Ander. Ja, es müsste mal eine Tüten, die Idee kommen. Jetzt kommt der Schuss. Werner. Aber so geht es natürlich nicht. Nee, das ist harmlos. Die Chance haben sie verschenkt. Draxler. Gnabry. Tewis. Marco Reus gehört im Moment zu den torgefährlichsten Middelfeldspielern überhaupt. Bringt alles mit. Geschwindigkeit, guten Schuss und eine ganz feine Technik. Und jetzt ist Platz für den Konter. Die Maria. Die Maria. Die Maria gefährlich. Da passt er auf. Da kommt die Reingabe. Schade. Da war sicher mehr drin. Pause in dieser Begegnung, Buschi, und wenn wir uns die Reaktionen der Fans anhören, dann müssen wir schon sagen, die Szene von Halbzeit 1 war der Elber. Absolut, strittige Entscheidung, enge Kiste, aber ich glaube, es war die richtige, den muss er so pfeifen. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Die Maria. Sehr gute Passquote hat er heute, auch der Ball kommt an. Jetzt können sie vielleicht kontern. Schöner Startpass, und jetzt der Luftball. Die Chance nutzt er nicht, Buschi, war zu überhastet. Ja, das kann man wohl sagen. In dieser Situation wäre natürlich viel mehr drin gewesen. Draxler. Und jetzt Boate. Rappt. Angel Di Maria. Di Maria, gefährlich. Gefährlich. Jetzt der Schuss. Und Tor, den Master. Ja, aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Da hat er Glück bei Atrus. Ja, der Ball hat den Fust noch gerührt. Jetzt steht's hier 2 zu 1. Eine enge Kiste. Goal for the visitors. Number 8, Carlos Tevez. Daniel Da Costa. Und Witzel. Und das ist der Ballverlust. Die Maria. Rappt. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Guter Pass jetzt. Er gibt Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Boateng. Alaba. Alaba. Freischussentscheidung. Korrekt. Sort. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020